Starte dein Ultimate Team. Erstelle dir nun ein Squad mit Spielern wie Gervinio, Dumbia und Ibabo. Füge nun jedem Spieler eine Trainingskarte hinzu, sodass du dann im Spiel das perfekte Spielerlebnis hast. Nachdem nun jeder Spieler eine Trainingskarte von dir erhalten hat, solltest du auf die Bank Bronzespieler packen, die ein niedriges Rating haben. Somit bewirkst du, dass das Gesamtrating deines Teams möglichst niedrig gehalten wird. Begib dich nun in ein Online-Einzelspiel. Nachdem du einen Gegner gefunden hast, achte darauf, dass du ihm schon vor dem Spiel die Lust auf das Spiel verdirbst. Dies kannst du am besten tun, indem du dein Trikot einfach immer wieder wechselst und am Ende dann doch das andere nimmst. Du hast nun dein erstes Erfolgserlebnis gehabt, da der Gegenspieler jetzt schon gereizt ist. Drücke nun so lange wie möglich nichts, sodass die Vorschau des Spiels so lange wie möglich dauert. Versuche nun so schnell wie möglich ein Sweaty-Tor zu erzielen. Nachdem du nun ein schön herausgespieltes Sweaty-Goal erzielt hast, solltest du dir die Wiederholung so oft wie möglich ansehen. Achte darauf, dass du nach dem 1 zu 0 auf Ballbesitz und Defensiv einstellst. Ab sofort ist dein Spiel nur noch auf Ballbesitz ausgelegt und du solltest darauf achten, dass der Ball immer sicher in den eigenen Reihen läuft. In Folge sollte das Spiel ungefähr so verlaufen, wie du es gerade sehen kannst. Der Gegner darf hierbei keine Chance haben, an den Ball zu kommen. Spiele so lange weiter, bis der Schiedsrichter zur Halbzeit abfeilt. In der Halbzeitpause solltest du unbedingt die vollen 40 Sekunden ablaufen lassen. Spiele nun in der zweiten Halbzeit genauso konsequent wie in der ersten Halbzeit. Halte den Ball in den eigenen Reihen, lasse den Gegner nicht an den Ball kommen, bis der Schiedsrichter abpfeift. Der Schiedsrichter hat nun abgepfiffen und du hast das Spiel mit einem konsequenten und attraktiven Spielstil mit 1 zu 0 für dich entscheiden können. Am hohen Ballbesitz kannst du erkennen, dass du alles richtig gemacht hast. Freue dich nun nicht über den Sieg, sondern einfach nur darüber, dass der Gegner nun an seinem emotionalen Tiefpunkt angelangt ist. Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt eine professionell ausgebildete Missgeburt in FIFA.